Nach Ansicht von Datenschützern sollte der elektronische Entgeltnachweis Elena abgeschafft oder zumindest überprüft werden. Hintergrund ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung. Für die Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern hat der Richterspruch auch Auswirkungen auf Elena. Generell sei es an der Zeit, den Datenschutz an das Internetzeitalter anzupassen. Datenströme ohne Ende, weltweit unüberschaubar. Auf ihrer Konferenz in Stuttgart fordern die Datenschützer eine Modernisierung des deutschen Datenschutzrechtes. Denn als das in den 70er und 80er Jahren entstand, gab es weder Chatrooms noch Online-Banking. Heute müsse der Internetnutzer geschützt werden. Letztlich geht es auch darum, dem Internet das Vergessen beizubringen, eine Art elektronischen Radiergummi zu entwickeln, mit dem man wieder Daten loswerden kann. Das ist ein sehr anspruchsvolles Vorhaben, aber ich glaube, wir kommen nicht darum herum. Auch mit dem elektronischen Entgeltnachweis, kurz Elena, haben sich die Datenschützer befasst. Seit Anfang des Jahres müssen Arbeitgeber Daten ihrer Angestellten an eine zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Rentenversicherung senden. Dabei werden Fehlzeiten, Kündigungsgründe, Abmahnungen erfasst. Ob auch Streiktage gespeichert bleiben, wird von der Bundesregierung zurzeit überprüft. Für die Datenschützer ist Elena überflüssig. Im Hinblick auf das Urteil über die Vorratsdatenspeicherung wird es notwendig sein, jetzt auch die Elena-Datenbank auf den Prüfstand zu stellen. Wir haben nach wie vor erhebliche Zweifel an der Erforderlichkeit dieser umfangreichen Datensammlung. Mittlerweile gibt es eine Initiative, die Elena vor dem Bundesverfassungsgericht stoppen will. Die gleiche Initiative hatte vor kurzem die Vorratsdatenspeicherung gekippt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017